Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Empire at War. Quasi ein Retro-Gaming, das machen wir hier jetzt mal automatisch. Oh, hier wollten wir ja... Shit, 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 jetzt hab ich so ein bisschen den Fokus verloren, Mist. Also wir wollten ja vor allen Dingen... Müssen wir jetzt nochmal Bodentropen produzieren? Oh, Scheibenkleister, Scheibenkleister, Scheibenkleister... Nein, die bleiben mir da. Wir müssen jetzt taktisch vorgehen. Wir wollten in der letzten Folge Aceri... Anders, wir fangen anders an. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Jetzt gehen hier die Sachen... Oh, Gott, shit, Dagobah verloren. Dagobah, Dagobah, shit. Shit, ist nicht gut. Dann lasst doch unterhalb des Videos ein Abo da, kommentiert dieses Video, sagt, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen, denn wir haben hier schon wieder einen Planeten verloren. Es geht in dieser Folge quasi so weiter, wie es in der letzten Folge aufgehört hat. Wir hatten einen kurzen Erfolg hier bei Aceri im Raumkampf, haben dann aber im Prinzip im Gefecht... Ähm, haben wir hier so ein bisschen... So, jetzt müssen wir hier mal kommen, mal ein bisschen hier ab Truppen produzieren. Ja, Aceri müssen wir nämlich mal sichern. Zack. Ja, das bedeutet, wir müssen hier... Ja, wenn wir Dagobah schon nicht halten konnten, so Lust wird demnächst dann wahrscheinlich auch fallen. Aber verstärken wir nochmal hier die Flotte im Hyperraum. Ähm, werden wir hier einmal nochmal so ein bisschen... Aceri vernichten. Scheiben, gleich dran. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. So, das schicken wir da mal in den Hyperraum. Dass uns da nichts passieren kann, aber so Lust wird weiter produziert. Wir lassen das Ganze mal ein bisschen schneller vorlaufen, weil wir brauchen nämlich hier die Truppen. Und so langsam wird es ein bisschen eng, was die Truppen angeht. Hm, Bespin... So, komm. Da mal, was haben wir denn hier alles drin? Ups, jetzt ruckelt das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr. Zack, wir... Ja. Das mal bitte nach da. Wirklich gut finde ich das gerade nicht, wie das läuft. Ihr könnt euch denken... Oh, weiterspielen. Ihr könnt euch denken, warum. Ja, ähm... Wir müssen Aceri nämlich noch sichern. Ich hoffe, dass ich das mit der dezent größeren Flotte jetzt hier hinbekomme. Mit der dezent größeren Angriffsflotte, Bodenangriffsflotte hier hinbekomme. Ähm... Und das geht auch nicht wirklich schneller. Ey, was ist das denn hier? T4 B-Panzer... Oh Gott, ey. Komm, Solus ist wahrscheinlich auch verloren. Den können wir aufgeben, den Planeten. Wir müssen nur hier mal gucken, dass wir die Sachen mal so ein bisschen wieder... Ähm... So ein bisschen wieder ans Laufen kriegen. Naja, wenn ihr der T4 B-Panzer fertig ist, schicken wir die nach Bespin, schicken die nach Aceri rüber. Aber dann in Aceri machen wir dann da jetzt nochmal den Bodenschlag, den wir ja sowieso machen wollten. Ähm... Den mal da drauf. Das mal da hin. Schicken wir da rüber. Aceri ist im Boden eine tatsächlich sehr gut gesicherte Sache. Das muss man halt einfach nochmal sagen. Wir... Die Schlacht, die wir vorhin gemacht haben, also in der letzten Folge gemacht haben, die machen wir jetzt einfach nochmal. In der Hoffnung, dass uns das jetzt... Dass wir da jetzt ein bisschen weiterkommen. So. Den schicken wir mal da hin. Mit dem. Den schicken wir mal da hin. Mit dem. So, dass wir einfach da schon mal so ein bisschen... So, und hier gucken wir mal, dass wir hier mal... Dass wir mal ein bisschen erkunden, wo haben wir hier vielleicht Möglichkeiten der... Ähm... Den schicken wir mal da hin. Hier oben haben wir auch direkt wieder ein paar Möglichkeiten, dass das denn hier schön ist. Das kann man wahrscheinlich einnehmen. Jetzt müssen wir das Ganze aber nochmal ein bisschen taktischer machen, ne? Ähm... Das hier ist verlassene Mine. Ist aber jetzt quasi unsere, ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Wo war... So ein paar Möglichkeiten haben, vielleicht... Gebäude hinzusetzen, so. Ihr mal da hin. Ihr mal da hin, bitte. So, ihr mal bitte da hin. So, ihr baut hier jetzt mal bitte einen Fahrzeugabwehrturm, Infanterieabwehrturm. Ihr habt hier noch nichts hinweg, dann geht ihr mal bitte da hin, zurück. So, und die Gleiter packen wir mal hier hin. Und dann machen wir jetzt gleich mal Folgendes. Wir haben hier... Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Die mal nochmal... ...da hin schicken, in der Hoffnung, dass die sich dagegen jetzt durchsetzen können. Ich bin hier, Sir. Da drüben. Jetzt mal vorgelagert hier, wenn wir mal so ein bisschen erkunden. Ah, guck mal. So, hier bauen wir mal einen Fahrzeugabwehrturm hin. In der Hoffnung, dass das was wird. Das wäre jetzt so cool. Natürlich nicht. Schade. Gott. Dann nehmen wir uns jetzt alle Truppen, die wir haben und schicken die jetzt los. Wir haben einen Bauplatz verloren. So. Weil der hier, weil der setzt hier unsere Sachen tatsächlich primär auch außer Gefecht. So. Zack hin und zack hin. Und zack. Unsere Helden noch mit dabei. Das ist eine ganz schnige Sache. So. Oh, komm. Die Panzer noch mit dabei. Boah. Die zerlegen uns hier aber wieder echt gut. Ich weiß das, wenn die uns zerlegen, ne? Wir haben einen Bauplatz verloren. Jungs, wollt ihr mir nicht endlich mal helfen? So. Könnte mir hier mal jemand helfen? Kommt mit mir. Was auch immer das hier ist, das ist ein imperiales Gefängnis. Oh, komm. Das krallen wir uns direkt mal. Nichts, was uns aufhalten könnte. Lustige Geschichte. Und jetzt geht's ja dann im Prinzip auch darum, hier solche Sachen zu zerstören. Schildgenerator vor allen Dingen, damit unsere Luftangriffe auch mal... Und hier solche Sachen auch zerstören. Na bitte. Solche Sachen zerstören. Na bitte. So, komm. Hier kommt jetzt auch noch dazu. Ja, dann können wir hier auch mal endlich die Luftangriffe... Stopp. So. Jungs, wollt ihr mir nicht endlich mal helfen? Könnt ihr mir hier mal jemand helfen? Kommt mit mir. das hier mal bitte und solche sachen natürlich auch zerstören das hatten wir ja vorhin schon mal in der letzten folge schon mal schauen wir uns das ganze doch einfach noch mal an hier haben wir hier oben bestimmt da haben wir wohl noch was aber das zerstören wir einfach mal zerstören erst mal die fabrik sachen und so das ist glaube ich wichtiger das kann uns natürlich mehr zack solche sachen gefallen jedoch hervorragend so hier ist offenkundig nichts mehr hier haben sich alle schon entsprechend zurückgezogen wir haben gesiegt azeri gehört uns wunderbar wieder ein planet den wir in unsere gewalt gebracht haben wir können zur galaxiskarte zurückgehen wollen jetzt eine raumstation und bauen hier unten was haben wir überhaupt an bauplätzen also bauen eine kaserne auf wir bauen wir bauen natürlich das hin und wir bauen das hier hin weil das scheint ja offenkundig hier eine besonderheit zu sein dann bauen wir hier erstmal auch die luftverteidigung aus das ganze ist doch schon mal ein bisschen erleichternd doch definitiv erleichternd luftverteidigung hier einmal ausgebaut kommen wollen wir die beiden sachen direkt noch dahin das ist nämlich ganz ganz wichtig hier ist es tut mir leid dass das jetzt ein bisschen leckt hier wollen wir einfach mal wählt noch paar von denen hin geld haben wir im moment auch keine sorgen mit wunderbar unsere helden leben alle das ist klasse das freut mich wir können so langsam auch immer und immer mehr sachen von denen hier ausbauen jetzt noch mal hier hin ja wunderbar so lobe ich mir das so sollte es sein konstruktion abgeschlossen es bin automatisch das verlieren wir natürlich ganz klar oha oha jetzt müssen wir hoff sichern und aceri natürlich auch weiter sichern können wir hier das noch so ein bisschen ausbauen das wäre natürlich cool da sind wir schon auf der höchsten stufe das wir bauen hier einfach mal aus baut auch aus hervorragend ja das ist natürlich dieser cut ist jetzt natürlich nicht sehr cool das ist wirklich nicht geil aber gut jetzt müssen wir einfach mal gucken wie wir damit jetzt zurande kommen vielleicht mal einfach mal so automatisch wunderbar das sichern wir jetzt wir können nicht mehr also wir müssen tatsächlich da wird ordentlich wir können jetzt einfach doch noch mal nach dagober fliegen und uns darüber zu ja luftraum sichern hervorragend dagober sichert hier das mal aufbauen es geht natürlich jetzt alles ganz ganz schnell und damit sind wir auch schon am ende der heutigen folge ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist lasst doch gerne ein like ein abo ein kommentar da und das ganze funktioniert jetzt ganz einfach mit dem abo in dem ihr auf den button klickt der oben rechts im video eingeblendet wenn ihr ein weiteres video von unserem kanal sehen wollt klickt doch einfach auf den button der unten rechts eingeblendet wird und ich würde sagen bis zur nächsten folge wenn es wieder heißt let's play star wars empire at war